Das Bipra-Haus Heinrich Karl Freiherr von Bipra war Geheimrat und wurde später Festungskommandant der Festung Forchheim. Aus seiner weiteren Familie gingen zahlreiche Fürstbischöfe und sonstige kirchliche Würdenträger hervor. 1714 hatte der Freiherr das Gebäude in der Karolinenstraße 1 erworben und den Architekten Johann Dienzenhofer mit dem Neubau des Vordergebäudes beauftragt. Das Gebäude fällt besonders durch seine barocke Fassade und sein monumentales Eingangsportal mit dem gesprengten Rundgiebel auf. Über dem Holzturm mit dem Rundbogen befindet sich das Doppelwappen derer zu Bipra-Alb. Links sieht man einen steigenden Biber, das Wappen der Familie Bipra. Gegenüber das Wappen der Gattin aus der Familie Alb, drei Jakobsmuscheln. Darüber steht auf einem Podest die Statue der Immaculata. Sie wird flankiert von zwei Frauenfiguren. Bei den drei Statuen handelt es sich um eine Arbeit des Bildhauers Johann Leon Gollwitzer. Dies ist eines von mehr als 2000 Scribe-Videos. Scribe-Videos gibt es zu über 100 Städten in Deutschland, von A wie Aachen bis W wie Würzburg. Mit der Scribe-App haben Sie Zugriff auf alle 2000 Videos und können bei Ihrem individuellen Stadtbummel mobil durch die Videos einer Stadt navigieren. Testen Sie die Scribe-App kostenlos.